Ein Pferd klagt an. Diese Schwäche, wenn ich mich gehen lasse, kann es passieren, dass ich zusammenbreche. Zehn Minuten später lagen nur noch meine Knoppen auf der Straße. Denn als ich daneben lieg zusammengebrochen, der Kutscher lieg zum Telefon, da stürzt er aus den Häusern schon. Hundige Menschen, um beim Pfundfleisch zu erben, rissen mit Messern mir das Fleisch von den Knochen. Und ich lehnte überhaupt noch und war gar nicht fertig mit dem Sterben. Aber die kannte ich doch von früher die Leute. Sie gaben mir Decken gegen die Fliegen, doch. Gaben mir altes Brot und ermahnten meinen Kutscher. Sanft mit mir umzugehen, heißt mir so freundlich und mir so feindlich heute. Plötzlich waren sie wie ausgewechselt, ach, was ist mit ihnen geschehen. Da frage ich mich, was für eine Kälte mag über die Menschen gekommen sein. Wer schlägt das Ohr auf sie ein, was sie jetzt so gut und unverkaltet, so hält ihnen doch. Und wo das in Wälde, sonst geschieht euch etwas, dass ihr nicht für mich freidet.